Keine Sorge, irgendwelche Hauer, ne Quatsch, irgendeine Umweltsmeldung, umweltsmeldung, also. Keine Sorge, blöden Unglücksmeldung, auf den, auf den, auf den, auf den, auf den, wenn ihr mehr zu Clipping sehen wollt, ne Quatsch, mehr dazu jetzt auf Clipping, bei, auf, so ein Scheiß, ey, keine Sorge, eine Unglücksmeldung habe ich für die nächste VL-Woche, nicht, es wird eher. Keine Sorge, nein, das ist doch so. Du kannst das Wochenende gar nicht genießen, weil du nicht weißt, wie es bei VL weitergehen soll? Ne, soll das Quatsch. Keine Sorge, scheinbar ist. Obacht, WBW schaut euch unbedingt das neue Clipping an, auf, oh Scheiße. Glück gehabt, ich hab das neue Clipping für dich, aufgepasst. So, und wie heißt das jetzt? Alter, das ist noch mal, was? Obacht. Keine Sorge, Unlös-Meldung gibt es in der nächsten Folge, wo der Licht ist und her. Was passiert? Ein bisschen was davon verrate ich euch, bei Clipping. Alter, wieso steht da eigentlich ab Montag? Hier ist die Musik der Circus, die wir haben seit drei Monaten gearbeitet. Nein, ich will nicht das... Circus Musik, hallo? Hier haben wir es. Begabung. Wir haben jetzt eine ziemlichere Sohnung.